Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Gothic 2 Velaya. Wir sind momentan dem Gerbrand auf den Spuren oder auf der Spur. Wir sind allerdings ein bisschen langsamer als er. Aus gutem Grund, denn wir sind noch komplett nicht beschwipst, sondern benommen. Komplett im Rausch von Konstantinos geisteskrankem Trank, den wir hier inhaliert haben in der letzten Folge. Jetzt rennen wir beim Gerbrand hinterher, weil der ist jetzt hier im Geheimnis des Stahls. Da ist der tief drinnen im Business. Ist der Bordelltisch der Borca, wie der wohl an Eisen kommt, das wird sich sicher noch herausstellen. Ja, wird sich wohl herausstellen. Reden die jetzt irgendwas Spezielles oder ist das einfach nur so... Ne, die reden glaube ich einfach nur ganz kurz miteinander und wir erhalten den Tagebucheintrag. Also dem fällt jetzt hier nichts auf, dass wir den anprabbeln. Ja, das kann doch nicht normal sein. Ich habe was anderes gehört. Wie, lässt er jetzt nicht nach oder was hier da trank? Aber wie ich gesagt, eine Stunde wird es andauern. Ich komme mir vor, als wenn ich zu viele von diesen giftigen Pilsen eingeworfen hätte. Ich hoffe, dafür gibt es ein Gegenmittel. Also, auf zu Konstantino. Wir können ja nicht in Zeitlupe rumrennen. Also, irgendwann ist ja Schluss, ne? Meldo wird es wahrscheinlich gefallen in dem Zustand. Aber wir sind momentan ein bisschen überfordert. Vor allem, weil wir auch keinen Bock mehr haben, auf die Schwerkraft zu hören. So, hier, Hilfe! Ich grüße dich, Meister. Dieser Trank hat Nebenwirkungen ohne Ende. Ach, das hätte ich nicht erwartet. Beschreib mir diese Nebenwirkungen. Das fühlt sich an, als ob ich durch Schusterleim laufen muss. Außerdem sehe ich alles verzerrt und auseinandergezogen. Du solltest etwas dagegen tun. Schusterleim? So, so. Und alles ist verzerrt. Da muss ich was übersehen haben. Was bin ich für ein Schusselchen. Warte, das haben wir gleich. Nee, es wird schlimmer. Trink das. Sofort. Ja, klar. Ich glaube, das Zeug wirkt. Mir sind jetzt aber nicht irgendwelche Ohren gewachsen oder ein dritter Arm? Noch nett. Nee, sieht alles gut aus. Und für deine Ohren kann ich nichts. Was wird dieser Trank bewirken? Wenn alles gut geht, dann sollte sich dein Mana-Vorrat ständig erneuern, bis zu seinem Maximum. Berichte mir in ein, zwei Tagen davon. Wir sehen. Jo, sonst nix. Also die Quest ist auch immer noch offen. Ja, wahrscheinlich wieder nächsten Tag oder nächsten zwei Tage hier vorbeischneiden. Das heißt, wir müssen schon wieder für Gerbrand warten und schon wieder für Konstantino, also was heißt warten, einen Tag vergehen lassen. Das heißt, wir stochern wieder ein bisschen im Wespennest rum. Beziehungsweise aber nicht im Standard-Wespennest, sondern in dem, in dem wir auch noch stochern sollen. Was sieht's denn eigentlich aus? Regenerieren wir schon Mana? Oder dauert das erst ein, zwei Tage? Das ist natürlich wieder grob. Ansonsten haben wir Leben verloren oder irgendwas anderes. Also ich meine nicht, aber ich kann's jetzt auch gar nicht wirklich ausschließen, aber ich gehe mal nicht davon aus. So, um mal nochmal ganz kurz auf die Karte zu schauen. Ja, ist ja gut. Jetzt hau ab. Das gibt's doch nicht. Ich glaube jetzt quasi den Weg da hinten rum, Pyramide hoch. Also wenn wir quasi horizontal das Ganze einfach mal zerteilen. Unten waren wir schon und oben noch nicht. Zumindest noch nicht so gründlich. Außer beim Kloster natürlich. Aber das ist ja ziemlich mittig gelegen. Wir wissen, da hinten gibt's Orks. Zumindest einen Orkkrieger und ein paar Goblins. Aber ich glaube damals waren sogar schon die Goblins das Kriterium. Zurück zu marschieren, ich weiß gar nicht mehr. So, jetzt wollte ich natürlich auch und... Was war da hinten? Schattenläufer war da noch, ne? Da waren Schattenläufer, ich weiß es ganz genau. Hier ist jetzt keine. Ich wollte da eigentlich noch eine Runde rauchen, aber das können wir auch anders machen. Noch ist es ja nicht so dringend. Guck, da ist er. Ich hab's genau gewusst. So, der Pennt tagsüber. Auf der anderen Seite bin ich gerade ein bisschen leichtsinnig, ne? Denn irgendwie... Ist der ja schon ein bisschen stärker als vage, aber... Der hatte gar keine Zeit gehabt zum Realisieren. Boah! Den haben wir ja richtig nass gemacht. Heilige Scheiße. Der hat ja gar kein Land gesehen, ne? Ach, du Kacke. Den haben wir ja zurück ins Mittelalter geboxt. Na gut, wir sind auch im Mittelalter. Aber... Egal. Der hat echt ganz schön auf die Fresse gekriegt. Warum will ich hier hochklettern? Gute Frage. Kuhnstöckel! Nein. Hier ist auch keiner. Ich glaube, es sind ein paar Keiler oder so. Die kann man wegboxen. Wenn man da Lust drauf hat. So, genau. Der Schattläufer war eine Sache. Dann... Hier mal alles platt gemacht, soweit. Hatten wir ja auch hier hinten dran. Hinter der Innernungsstatue, da ist manchmal was. Nicht hinter jeder. Aber ab und zu... Die Wölfe hier haben wir natürlich auf dem Weg schon längst erledigt. Im Waage waren, glaube ich, erstmal keine zu sehen. Und wie ist das da vorne dann um die Kurve? Vielleicht haben wir sogar noch die Goblins umgelegt. Aber ihr erinnert euch vielleicht, dann ist uns irgendwie so ein Ork. Der hatte irgendwie morgens halt eine Runde, ist der gejoggt. Dann ist dann irgendwie die Klippe runtergefallen. Der hat uns auch komplett ignoriert. Der ist einfach wieder zurückgelaufen. Aber das war so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay. Und tschüss. Der Innernungsstatue ist auch nichts. Ist ja dreist. So ein Käse. So, und hier haben wir erstmal unsere Ruhe. Und dass man da links nicht hinkommt, das macht mich immer noch verrückt. Da ist nämlich eine Wiese und alles, aber die ist kaum begehbar. Zumindest nicht vom Wasser aus. Jetzt, wo wir Akrobatik haben, könnten wir vielleicht rüberhüpfen. Aber ich glaube, da gibt es eh nichts. Also gut. So, wie weit waren wir jetzt hier? Na, die Goblins haben wir sogar auch noch leben lassen. Na gut, was heißt leben lassen? Wahrscheinlich sind das Goblin Krieger und deswegen... Ja, sogar zwei Stück. Ist uns natürlich jetzt egal, ne? Also... Ja, wird wegge... Ah, da ist er, ja! Aber der wacht doch hier. Was ist mit dem los? Der hält ganz schön viel aus. Und der schiebt uns auch ein bisschen nach vorne. Scheint uns aber nicht anzugreifen. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Der wollte sich... Der hat sich gar nicht beirren lassen. Der wollte sich überhaupt nicht vom Joggen hier irgendwie beeinträchtigen lassen. Jetzt ist er halt tot. Ich bin doch kein Metzger. Damit kann er zwar nicht leben, ich schon. Das war jetzt ein sehr, sehr seltsamer Orkvorm. Der kam ja von da hinten. Was hat er denn da hinten gemacht? Das müssen wir jetzt erst einmal untersuchen hier. Absolut wild, was hier wieder vor sich geht. Ja, Bandlevel ab. Sehr, sehr schön. So, hier haben wir am Ende des... Ja, da ist doch nur noch ein weiterer Schattenläufer. Und den hatten wir damals auch nicht besiegt, da wäre ich mehr. Der scheint auch hier runtergefallen zu sein. Was ist hier los? Warum fällt hier jeder irgendwo runter? Ja, legt's bloß wieder hin. Das ist übrigens extrem. Viel zu viele Totenköpfe hier. Das macht gar keinen Sinn. Der müsste hier einen Haufen Leute verschleppt haben. Und hier ist gar nichts los. Stopp, da hinten boxt sich übrigens ein weiterer Schattenläufer. Was soll denn das? Was ist mit euch los, Mann? Weg von meinen EP, das ist meiner. Jetzt bist du... Das gibt's nicht. Ich weiß genau, warum ich gespeichert habe. Genau für so Fälle. Was ist denn mit euch los? Und lassen wir die Ork-EP. Ja, genau so. Und jetzt bist du dran. So, also keine Ahnung, was jetzt hier überhaupt abging. Aber wir haben die EP von zwei Orks und drei Schattenläufern. Das ist wichtig, das ist wertvoll, gerade fürs Selbstbewusstsein. Gut, das ist wieder weg bei der nächsten Ork-Elite. Aber immerhin haben wir hier schon mal ein bisschen was plätten können. Hier fliegt ein Trankro und das hier, aber das ist eine ganz normale Ork-Leiche. Die soll hier rumfliegen. Also sprich, keine EP, die wir verpasst haben. Der lümmelt hier einfach rum. Der wurde einfach zerhäckselt von den Schattenläufern. Und die anderen beiden kamen jetzt hier irgendwie runter und haben da irgendwie so eine Blutsfeder angefangen. Und das ist ja irgendwie der lokale Streit entbrannt zwischen Schattenläufern und Ork-Kriegern. Man kennt sie. Und die haben übrigens scheinbar, wobei das muss kein gelbes Blut sein, das kann sonst was sein. Ork-Rücken mag, was weiß ich nicht. Nicht da ist nichts zu holen. Ja, wie gesagt, die Ork-Krieger und die Schattenläufer, die führen schon ja seit Jahrhunderten, führen die Konflikte. Und Kriege, das kennt man ja. Deswegen haben wir jetzt gerade einfach nur ein bisschen live miterlebt, wie es da zur Sache geht. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben alles umgebracht. Insofern, ich habe nur Gewinne verbucht. Gut, um das Ganze mal ein bisschen zu relativieren, muss man natürlich zugeben, die Schattenläufer haben entweder gepennt oder waren mitten im Konflikt. Hier unten ist nichts, leider. Und die Ork-Krieger haben sich gar nicht gewehrt. Aber egal, Tod ist Tod. Jeder toder Gegner ist Pluspunkt für uns. Mehr EP führt uns einfach nur weiter zum Sieg. Egal, ob sie quasi daran beteiligt waren, indem sie quasi nicht daran beteiligt waren oder nicht. Jetzt kann ja ruhig der Nächste vorbei dackeln, der wird platt gemacht. Außer er zieht seine Axt, dann wird es nochmal eng. Bei Sperren habe ich keine Probleme. Auch Kriegern wird es eng. Und die anderen lassen wir mal aus dem Tor. Wobei, gegen Schamanen müsste es eigentlich auch klappen. Ach ja, ein Troll. Ich habe gerade schon erst ganz kurz einen Schock gekriegt. Bis mir aufgefallen ist, dass es bloß ein Troll ist. Und ihr wisst ja genau, wie das ist mit den... Die sind hier noch die einfachsten Gegner. Das sind aber auch echt traurige Klöße, muss man ja sagen. Vom Grundkonzept von ihr die stärksten Gegner sein. Nur dass man halt bei denen durch die Achseln schlüpfen kann, das macht es halt so ein bisschen... Naja. Nichts zu plündern. Mal gespannt, ob sie das beim Remake von Gothic 1 in irgendeiner Weise umsetzen. Aber dass es ja so ein ganz anderes Kampfsystem hat, wird es wohl einfach schwierig sein, die zu besiegen. Die guten Trolle. Weißt du, dann haust du hier... Dann haust du hier tatsächlich einen Troll um und dann kriegst du ein Langschwert. Panzerstecher. Langschwert. Was will ich denn jetzt mit einem Langschwert? Aber wie gesagt, ich habe ja da eine... eine Hypothese. Ich glaube, das soll einfach nur Geld abgeben, dann quasi in dem... in dem Stadion. Wenn du hier einfach die Trolle ummetzelst, wie gesagt, man kann sie ja in der Theorie auch früher ummetzeln, aber das Langschwert ist so ein... ich sage mal, das ist kein gewinnbringendes... keine gewinnbringende Waffe im Sinne von effektiv, ja, wie jetzt der Panzerstecher. Brauchst du 80 Geschicklichkeit, machst du 140 Schaden. Beim Langschwert ist es halt 85, 85. Anforderungen und Schaden. Da unten ist bloß der Enos Schreien. Aber wir hätten auch hinten hochlaufen können. Macht keinen Unterschied. Ja, aber das Langschwert ist... du wirst wahrscheinlich einfach verkaufen, wenn du das hier findest. Da war noch nie der Aha-Effekt. Noch nie das... noch nie erlebt, dass einer hier den Troll töte und dann... wow, jetzt ein Langschwert. Mann, eine neue Waffe, brutal. Also das... dass sie im Vorfeld eh das Rapier irgendwie ein bisschen dann wieder umswitcht auf Stärke. Hab zumindest ich dann schon längst den Orkschlöchter im Gepäck. Na klar, man kann den vielleicht übergangsweise nutzen. Also, das Langschwert. Das kann man dann vielleicht ein bisschen nutzen, bis man dann genug Stärke hat für die bessere Waffe. Aber nun ist das... Es ist nun mal so, in Gothic. Auf der anderen Seite muss man froh sein, dass es so viele Waffen gibt. Also die Waffenvielfalt... die ist auf jeden Fall ordentlich. Natürlich auch ziemlich klar gestaffelt mit den Anforderungen und dem Schaden, den sie dann immer verursachen, aber trotzdem nett gemacht. Hätte man ja auch in 10er oder 20er Schritten machen können. Ja, weil ungefähr so ist auch die Effektivität davon. Also du nutzt dann später auch nur ein Langschwert, weil du 250 Stärke hast und einfach mal Bock hast, damit zu kämpfen. Aber nicht, weil es jetzt sinnvoll im Kampf wäre. Aber das ist schön, dass es Schür, Haken und Gehstöcke gibt. Es ist einfach gut, dass man das eingebaut hat. Und da vorne habe ich ihn direkt schon gesehen. den Krieger. Er scheint alleine zu sein. Und die Sache ist, mittlerweile sollte man das auch auf jeden Fall hinkriegen. Denn wir haben ja den Auftrag mit den Apostaten und dazu müssten wir sowieso hier entlang marschieren. Das heißt, irgendwie uns mit Orks auseinandersetzen ist jetzt mittlerweile Pflicht. Und wie denn noch ist es halt kräftezehrend. Vor allem, wenn du einem mal auffällst, dass so ein blöder Ork mehr aushält als ein Troll, da fragt man sich halt schon, was das soll. Da war ich ganz kurz erbost. Der hat mich ausgespielt, das gibt's gar nicht. So ein Drecksack. So ein Feuer, Regen, so ein, alles gut, alles gut. Wir haben sogar noch zwei Eisblöcke. Insofern. Ja, so gefrustet bin ich jetzt. So gefrustet, dass der erfrostet. Ah, guck mal hier, jetzt noch mal blocken hier. Guck mal, der blockt doch noch mal. Drecksack. Da haben wir einen Abgang. Pass auf, wieder der Brücke kommen die nächsten zwei. Ich bin doch kein Metzger. Und ja, dann gucke ich ziemlich doof. Aus der Wäsche. So, ich meine, hier kann man auch irgendwie in der Zeit noch ein bisschen hochdackeln. Da oben findest du dann irgendwie noch mal Großstöckl oder so irgendwas. War das so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Vivalisiert ein bisschen Moos, das man mitnehmen kann. Da fliegt sogar ein Bolzen drum. Hat sogar eine Armbrust. Das ist eine normale. Bei der Name Armbrust ist sie so ein bisschen verzwickt, weil es gibt einmal eine leichte Armbrust mit dem Namen Armbrust und einmal diese Armbrust hier. Genau. Die kann man auf jeden Fall gut verkaufen. Den Selbstnutzen werden wir wohl nicht. Mit dem Gewehr beziehungsweise die Aussicht auf gute Bögen da brauchst du dann nicht unbedingt eine Armbrust. 90 Schaden, vor allem wenn das Gewehr 100 macht. Bei 20 Geschicklichkeit an Anforderungen ist ja gar nichts. Hier an der Seite geht es natürlich noch hoch und hier müssten wir noch irgendwo einen Kronenstöckel finden, oder? Bin ich jetzt komplett Banane? Dachte ich zumindest. Habe wohl falsch gedacht. Oder ich übersehen. insofern ist es dann auch wieder egal. Hm. Kein Kronenstöckel? Echt nicht? Oder ich habe ihn übersehen. Ich muss ihn übersehen haben. Vielleicht. Falls er nicht da ist, ist er halt nicht da. Haben wir übrigens nur noch vier davon, ne? Ah, ist das traurig. Noch vier davon. Äh. Das macht keinen Spaß. Zumindest sehe ich vorerst keine Orkla drüben. Noch ein bisschen mehr Blauflieder. Wichtiger geht's nicht. Ganz hoch im Kurs. Wird wahrscheinlich einfach hunderter Packen dann bei Constantino verkaufen. So, und hinter der Brücke, dann sind wir sogar schon beinahe bei der Pyramide. Und ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir dort vielleicht sogar noch auf Vasriordian, auf jeden Fall auf einen Wassermagier treffen könnten. Zumindest war das jetzt irgendwie so der Eindruck, den ich dort im Gespräch mit Myxia gewonnen habe. Aber vielleicht schrafelt der auch nur Scheißdreck. Mann, man, man. Jetzt würden immer mehr Orks. Die Zahl wird immer größer. Ich gebe mir aber trotzdem noch extrem auf die Nuss. Muss hier aufpassen. Hier kann ja hinter jeder Kurve schon der nächste auf einen lauern. Wir sind in der nächsten Folge. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Weg. Hoffentlich auf dem richtigen. Apostaten. Was sagt uns die Quest denn überhaupt noch generell so aus? Belia, Spinner, irgendwas anstellen. Genau. Hm. Okay, die irgendwo im Nordosten kampieren. Gucken wir auf die Karte. Nordosten. Ja, also wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wenn nicht alles voll ist mit Orks, ist es auch machbar. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.